Herzlich willkommen bei Runners Point. Sie sehen hier das Modell 1226 von New Balance, welches als Damen- und als Herrenmodell gibt. Die beiden Modelle unterscheiden sich nur in der unterschiedlichen Farbstellung und in dem Leisten, der jeweils auf die unterschiedliche Anatomie angepasst ist. Hier sehen Sie die Damenvariante des 1226, dem Topmodell in der Kategorie Stützedämpfung. Die Kombination aus der Absorb-FL Zwischensohle und den Energy-Elementen in der Ferse und im Vorfuß bietet hochwertigste Dämpfungseigenschaften. Dieser Schuh ist für anspruchsvolle Läuferinnen, die einen hochwertigen Trainingsschuh mit exzellenten Stütz- und Dämpfungseigenschaften suchen. Stabilicore ist ein mediales Stützelement, das eine extrem harmonische Abrollbewegung vom Rück zum Vorfuß ermöglicht. Das Modell 1226 erhalten Sie in unseren Runners Point Filialen und auf runnerspoint.com.